Und willkommen zurück. Jetzt schauen wir doch mal, was wir noch so zu machen haben. Ah ja, und wir haben natürlich neue Einträge, die hätten wir auch noch lesen können. Machen wir mal kurz. Auf der Feier erzählte mir Shani von ihren Erfahrungen in der Schlacht von Brenna, wo sie die Verwundeten versorgte. Ich habe das Gefühl, dass Shani mich in letzter Zeit sehr mag. Ach, und Rittersporn, der ist ja ganz neu. Ich habe Gerüchte, nee, das hatten wir schon im Umland besuchen sollen. Ich habe Rittersporn getroffen, der mein bester Freund gewesen sein soll. Rittersporn ist ein unermüdlicher Schwätzer, ein Narr und ein Faulpelz. Außerdem ein Schürzenjäger, der Ärger geradezu magisch anzieht. Aber gleichzeitig ist Rittersporn ein wirklich begabter Künstler. Auch wenn er meist durch die Lande zieht und sich mit gelegentlichen Auftritten durchschlägt. Thaler. Hier, es stellte sich heraus, dass Thaler der Chef des Temerischen Geheimdienstes und die Tarnung als Heeler nur eine seiner zahlreichen Identitäten ist. Aha. Noch was. Formeln. Nein. Ob du da noch was? Nein. Dann schauen wir bei den Quests vorbei. Das rastlose Gespenst. Genau, die Witwe mittags. Wie viel ist das? 39. Ist noch zu früh. Brenker ist tot. Ja, da müssen wir mir auch noch 200 Ohrens abdrücken. Den Druiden müssen wir. Echinops Wurzelstöcke besorgen. Siegfried, ja. Wenn der denn mal da wäre. Oder ist er jetzt da? Ich gebe die Hoffnung ja nicht auf. Ich gebe die Hoffnung ja nicht auf. Hör ich nicht nicht. Oh, falsch. Vielleicht steht der jetzt ja da. Zur Morgenwache. Ihr bringt nur Ärger. Ach, olle Vettel. Mal gucken. Siegfried? Bist du da? Nein. Ich hätte mich jetzt auch gewundert. Der Wolf-Vertrag. Gut, das machen wir drüben. Fünfe haben wir schon. Die Sephirots. Würfelspiel-Faustkampf. Das ist alles gar nicht. Wir sehen wir mit Lungen. Nein, das haben wir auch. Neuwarden. Da warten wir auf den nächsten Zug. Dreier brauchen wir nur. Das ist der mysteriöse Turm. Genau, nach Yerwen müssen wir noch. Tja, bis auf das Geld abholen, haben wir da nichts zu tun. Die gute Frau ist vielleicht schon da. Wahrscheinlich ja nicht. 30, 10 Uhr. 10 Uhr ist es jetzt. Sie ist natürlich noch nicht da, aber sie muss ja hier irgendwann vorbeikommen. Wo kommt sie denn? Wo wohnt sie denn? Hier lässt mich bestimmt immer noch nichts schmieden, oder? Braucht ihr etwas? Ja. Verkauft ihr mir eure Waren? Ich arbeite nur für Freunde des Ordens. Macht gut. Ich bin ein Freund des Ordens. Frechheit. Tja. Abbewohner. Trefflich. Der Pechschmer hat vielleicht noch was zu erzählen. Für zwei Ohrens putze ich euch die Schuhe. Ein paar saubere Schuhe. Zwei Ohrens sind auch nicht so viele. Eure erste Reise nach Vysima? Nee. Der hat auch nichts. Danke für eure Arbeit. Zwei Ohrens sind auch nicht so viele Schuhe. Tja. Zeit zu beendet. Der hat sich hier vielleicht wieder versteckt. Versteckt der sich denn? Nee, aber niemand da. Ja. Das Getute, wo das herkommt, würde ich auch gerne wissen. Das ist wahrscheinlich vom Händler-Personen gekommen. Oder als Vysima. Ja, dann nutzen wir doch die Zeit ein bisschen. Auch wenn dazwischen die Zeit nicht weggeht, sondern wir das machen. Aber wir lesen mal das Buch. Unterirdische Pflanzen. Und zwar Seewand, Grünschimmel. Ach nee, nur die beiden. Grünschimmel ist neu. Guck mal, Grünschimmel. Das ist nur Zutaten, oder? Wächst an den Wänden dunkler und feuchter Ort. Super. Absolut sinnfrei. Was wollt ihr? Dir dein Buch zurückgeben. Komm her. Was noch schön ist. Trachentraumbomben haben wir jetzt noch nichts am Hut gehabt, ne? Kleines Buch der Mineralien für 400. Ah, komm, probieren wir es mal. Lesen wir das auch. Das Buch behandelt einfache mineralische Komponenten, die in der Alchemie Verwendung finden. Schwefel, Ignatiasäure, Weinstein, Zehensalz, Zehnersalz, Calcium, Echrom, Phosphor. Zerörtert zudem die Substanzen, die in diesen Mineralien zu finden sind. Zutaten, Zutaten und Zutaten. Die sind recht langweilig. Schade. Aber trotzdem rein. Phosphor. Flammbare alchemistische Substanz. Zehnersalz. Wir werden aus den Kadavern von Alps und Bruxel gewonnen. Schwefel. Schwefel. Eine Gelbe. Achso. Schwefel. Eine Gelbe. Hat wohl jemand den falschen Träner benutzt. Weinstein. Substanz, die Hexen aus Wein herstellen. Ja, auch nicht sehr interessant. Was wollt ihr? Jetzt auch nicht zu viel Geld haben. Warm. Wir kaufen es mal wieder. Sumpfpflanzen. Die werden auch nochmal... Ja, wir gehen an den Sumpf, ne? Virtuelle Pflanzen. Nee. Erstmal nicht. Wir gehen uns erstmal so 200 Bruch und holen. Was ist denn das? Das ist immer noch Zähne. Na, wo geht das lang? Wer ist das denn? Ich bin Geralt. Warum wisst ihr das alle nicht? Euer Haar ist weiß wie mild. Wie kommt das? Hier wollte ich jetzt nicht reden. Und was ist das? Tja, hier gibt es leider nichts mehr. Die wollen nichts von uns. Szene. Gucken wir nochmal ins Wachlokal. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass er Siegfried wieder auftaucht. Aber nein. Also gehen wir wieder zurück. Also rutschen wir zurück. Tja. Tja. Dann. Warten wir auf den Mittag, oder? Bevor wir jetzt hier sinnlos rumstehen. Oh, das tut weh. Nutzen wir mal diese Möglichkeit hier. Dachte ich brauche wieder. Hast du Cola? Seht ihr die ganzen Wendler? Bis Mittags. Ja, und danach glaube ich, müssen wir mal wieder in den Sumpf. Auf geht's. Holen wir unsere Ohrens ab. Jetzt wirf, die will uns doch wieder bescheißen. Wett'n das? Wett'n, dass sie uns bescheißen will? Ne, immer noch kein Siegfried. Jetzt wäre schon ein Missing in Action. Da ist sie. Die Frau Zollstock. Mein Mann. Hat er... Wisst ihr? Ihr kommt täglich her. Aber ich hab ihn nicht gesehen. Vielleicht ist er genesen. Ach, Schönen wir uns. Grämt euch nicht mehr. Leichter gesagt als getan. Sprecht leise. Sonst zieht uns jemand zusammen. Ich habe mich um euren Mann gekümmert. Habt ihr einen Beweis? Von einem Beweis habt ihr nichts gesagt. Ich will mein Gold. Ihr nehmt einer Witwe das letzte Bisschen. Wusste ich's doch. Seid leise. Habt ihr keine Angst, dass man euch mit einem Hexer sieht? Hol euch der Teufel. Nehmt euer Gold und schert euch fort. Na, danke. Danke. Aber ich glaube nicht, dass das die ganze Geschichte war. Also gut, wahrscheinlich ist das für uns jetzt die ganze Geschichte. Aber da ist doch... Da ist doch jetzt ein Wagen. Tja. Dann würde ich sagen... Gucken wir mal nach, ob wir nicht überladen sind. Oder was rausschmeißen können. Wir könnten ja nochmal beim Schmied vorbeigehen. Bevor wir uns hier vom Acker machen. Ist ja eigentlich gleich hier um die Ecke. Ob's da nicht noch was gibt. Was auch wir uns tun können. Wir haben ja noch... Achso, die haben wir jetzt noch... Ihr bringt nur Ärger! Ne, wir gehen erst in den Sumpf. Zurück in den Sumpf. Haben wir ein bisschen was zu erledigen. Wollt ihr ein bisschen Spaß? Ne, gar nicht. Wir sind in den Sumpf. Echte Leute praten hin. Das ist ein Fährmann, oder? Beißen die Fische, ja? Und los, bringen wir uns mal rüber. Transportdienstleistungen günstig wie nie. Und keine Diskussion. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Habt ihr euch entschieden? Ja. Himmel her Gott. Kann's losgehen? Ja. Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf. Unglaublich. Jedes Mal dieselbe Diskussion. So, zum Jevin müssen wir. Tja, mit dem Grußväterchen. Ich weiß nicht. Da vielleicht auch mal vorbei. Mal hauen sollten. Ich meine, wenn er da sich mit den Kuhlen drum oder mit den Ertrunkenen drum steckt, dann sind die ja eigentlich schon tot. Tja, ich weiß es nicht. So. Na dann. Fischer, hast du was? Hier beißen die Bässe als oben am Deich. Ach, die haben noch Deich mit dem Traum, oder? Und ob. Einen ganzen Korb voll frischer Fische. Darf ich mal kosten? Vielleicht ist noch gebackener Hecht übrig. Ich habe noch zweier, ne? Und ich nehme an sicherheitshalber einen mit. 20. 20, ne? Geht der mit? Pierre, deine... Habe ich noch nicht. Dein neuer Kunde? Wolfs heute. Wir müssen zum Jevin und zu den Druiden. Der Jevin und die Druiden sind alle am selben Ort. Also los. Oder können wir noch unteren? Oder reden wir mal kurz mit der Waska. Hat sich ja was Neues für uns. Was ist überhaupt die Eide? Zicke. Da. Waska legte Getreide auf den Altar und fand am nächsten Morgen ein Messer dort. Aha. Ja, es bedeutet Zorn. Getreide bedeutet Zorn. Der Zorn der Götter wird die Eindringlinge holen. Betet, dass wir verschont werden. Okay. Das ist schon mal gut so, wie das Getreide. Wir haben bloß kein Getreide. So, ist die Waska vielleicht hier? Ziegelbrennerdorf. Ah, sieht auch nicht so aus. Sie ist immer wächst und braucht Ziegelsteine. Du vielleicht? Ich hasse Dürren. Okay, gehen wir mal hier lang. Wir haben so viele Zungen. Das bleibt auch im Teppich. Wir gehen direkt mal so schnell wie möglich. Vorbei, da ist ja noch die Höhle. Vielleicht gehen wir auch in die Höhle. Ja, ihr ertrunkenen. Bleibt dreifach ertrunken. Hinten war die Höhle, ne? Wir gucken. Gucken mal rein. Jetzt zwar nicht so genau, was es da drinnen gibt. Aber ich denke mal, dass es vielleicht Sinn macht. Wir haben zwei Schwalben. Okay. Gucken mal rein. Ansonsten flüchten wir einfach. Ach, Wölfe. Schwert. Das ist nur eine Wolfshöhle. Wer ist hier lieber? Dann können wir den Auftrag auch noch fertig machen. Kannst du ja vielleicht gar nicht nicht, oder? Moment. Die Katze. Kauzkatze hier. Oh, wir haben auch noch zwei. Müssen wir wieder Alkohol besorgen. Das sind Seewandpilze. Hast du das schon in der Höhle? Passt, ne? Nix. Gehen wir doch mal in diese Richtung. Da ist auch nix. Doch, hier. Nee. Zu. Korridor. Leider nix. Aber auch bloß zwei Wölfe. Ah, da ist noch ein Seewandpilz. Die nehmen wir mit. Immerwölf. Immer drei. Hier geht's weiter. In die nächste Höhle. Oh. Eine Erscheinung. Die war ganz schön giftig, die letzte, ne? Wir nehmen mal das Geisteröl aufs Silberschwert. Oh. Au. 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 Na, lässt du das sein. Grastiger. Nein, der Geist. So. zu essen dabei die hose ist da unten ist noch was das ist mein neun rand sarkophag jetzt fahren hier hat saphir da haben wir noch einen saphir gefunden denn anscheinend haben wir hier eine quest noch nicht aber macht ja nix das kreis der hängenden streng das ist ein neues zeichen ja gut ein erfahrungspunkt bringt uns die wölfe noch und das ist nummer 10 gut dann haben wir die quest jupia ah quen schutzschild mit in die hacken beißen na so da gehen wir doch ein bisschen tiefer in die bühne die bürschen hier sind seewaldpilze da ist noch ein wolf hier land da geht es nicht lang hier geht es aber lang was ist hier eine wühle oh nicht quieken wenn du mir hier die hacken beißen würdest würde ich dich nicht umhauen so nehmen wir hier mal eine seewaldpilze mit der kann ich so niedriger das ist auch noch ein wolf oder sowas ansonsten ist hier nix da ist nix ähm ja da war es das schon tatsächlich da ist das kreis der elemente na gut dann haben wir noch ein sefirot und ja wieder aus weil momentan scheint es hier nicht weiter zu gehen oder aber ich habe das gefühl hier kommt noch was also bis auf die riefe na jetzt hau doch schon zu also doch zurück die riefe zack und weiter gehts was machen ahja siebte er das ist äh das ist äh das ist äh das ist äh als aktiv dann können wir ein schutzschild machen wenn das zu haarig wird alles den Sarg da waren noch Waffen drin ne 8 bis 22 eine zweihändige Stahl-Axt 50 ja das ist doch besser nehmen wir die doch mit aber jetzt raus ich denke mal um hier weiter vorzukommen brauchen wir noch eine quest höhlausgang auf zu den druiden achso und natürlich bei den Holzfällern gleich vorbei noch hier hinten irgendwo ne gar wahnsinnig ich müsste noch den kürzesten Holzfäller finden und dann sind wir richtig da er steht immer noch an dem Baumstumpf und und rastelt dran rum was sollte ich tun sprecht der Fährmann hat mich für die Kräuter bezahlt wurde auch Zeit nein ich hab ja meinen Hals riskiert hier ist euer Anteil ist ein wahres Vergnügen mit euch Geschäfte zu machen Hexer äh sprecht adieu vielleicht hilft uns ja wenn wir damit irgendwann mal von ihm Hilfe brauchen soo weiter nach Norden also hier landen so war hier nicht noch irgendwo oder die Tele Kitar Kitar haben wir immer noch nicht ne bei den Yassi irgendwas haben wir wo ist denn der Tipperat Kitar Pinsel wir haben noch gar nicht ach jesat das ist der hinten beim Door ok den könnten wir aktivieren dann warte mal wie viel gibt es denn hier da ist der mal Cut ach hier gibt es zwei zwei ach Vaskars Hütte gibt es auch noch extra wir hätten da reingehen können alles klar dann haben wir noch ein bisschen was zu tun jetzt gehen wir aber erstmal zu den Droiden was sind das da ach hier hängt der Siegfried rum was machst denn du hier ah Gerald beim ewigen Feuer es ist schön euch zu sehen denn erstmal wie ich mein Geld habe ich bin wegen der Anzeige hier ich dachte mir schon dass euch das interessieren würde habt ihr einen Beweis dafür dass ihr 10 ertrunken erschlagen habt natürlich ja hier sind ihre Zungen bleibt ich muss das aufschreiben 10 ertrunkene gut hier ist euer Gold so ah Gerald beim ewigen Feuer es ist schön euch zu sehen ja hier hätte ich dich jetzt nicht erwartet was ist passiert ein Echenobstorn peinigt mich unter der Beinschiene ich kann nicht mehr laufen wir suchten nach dem Golem Totenacker irgendein Name möge die ewige Flamme die Dunkelheit seines Geistes erhellen faselte was von Stechmücken und Golems dann erwischte mich dieser verfluchte Dorn die Wunde muss versorgt werden keine Zeit für Banalitäten auf dem Golem Totenacker sind Elfen und Hafkas dabei Handel zu treiben mein Befehl lautet die Hafkas und die Eichhörnchen auf einen Schlag zu eliminieren wir sollten der Hydra mit einem Streich alle Köpfe abschlagen sieht so aus als hätte die Hydra eine Atempause bekommen es war ein direkter Befehl vom Großmeister helft mir ich ernenne euch zum Kommandeur meiner Einheit ich bin Hexer kein Soldat ich glaube an euch Gerald nichts geschieht ohne Grund das ewige Feuer hat euch Ehre und Verantwortung übertragen bleibt auf dem Teppich Siegfried wir brauchen eure Unterstützung wir sehen uns erstmal um ich sehe mich ein bisschen um nicht dass wir jetzt die Entscheidung treffen und das am Ende ziemlich äh sagen wir einfach doof wäre 150 Ohren Trunkene hat ja nicht der Jäger was von äh 80 Ohrens gesagt du Stück naja wäre doch nur beschissen ich werde erst mit Jäger reden ich werde erst mit Jäger reden und ja lass mich raten der ist nicht hier der ist hinten auf der Lichtung ach wie schön na gut dann reden wir doch erst mit dem Druiden wo ist er denn Platz ich will dir nicht die Ziele putzen was gibt's ihr Druiden kontrolliert die Kräfte der Natur nicht wahr? nein das können wir nicht vielmehr leben wir nach ihren Rhythmen dennoch dressiert ihr wilde Tiere und ihr könnt einen magischen Sturm beschwören nein ich meine ja aber nicht mit Gewalt nun ich benötige einen Sturm mit Donner und Blitzen könnt ihr einen erschaffen? das kann ich aber wie gesagt ich würde dafür bezahlen nennt es eine Spende zur Vermeidung weiterer Umweltkatastrophen 500 Ohrens das ist zu viel alles wird teurer und irgendwie müssen wir auch leben na gut na gut dann eben 500 kommt wieder wenn ihr bereit seid lebt wohl ok 500 Ohrens da ist bei den golem toten der war da ne wir gehen mal in die Richtung wir gucken mal was da los ist bevor wir uns hier irgendwie entscheiden äh ich habe noch mein Geld haben ach da sind ja noch zwei oh äh ok so sieht das Schutzschild aus das wollte ich jetzt aber gar nicht auslösen jaaa was haben wir denn wo sind die denn hier sollen hier ist doch gar niemand hallo hallo kein Schwein da wer zählt denn na gut gehen wir mal zurück zu den Hanseln wenn hier keiner ist mit dem ich reden kann da brauche ich mal ach nehmen wir alles mit ja gut da ist keiner ich war gucken ja ok dann werden wir in der nächsten Folge dann mal uns den rittern anschließen und da hinten mal gucken gehen war ja keiner da aber ich habe die fürchtung dass da einer da sein wird sobald das hier los geht aber schauen wir mal bis dann tschau tschau